So, einen wunderschönen guten Abend. Wir zocken United Assault Normandy 44. Wir haben aber beim letzten Mal den ersten Teil platiniert. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit Teil 2 durch Play. Ja gut, zweite Secondary Weapon haben wir natürlich noch nicht freigeschaltet. Also gehen wir direkt rein. Ich bin mal gespannt, ob sie jetzt was in Teil 2 besser gemacht haben oder ob es einfach nur ein anderes Setting ist. So, feuern, zielen, zack, jump, sprint, sprinten, interagieren, nachladen, Waffenrad, mission objectives. So, wo haben wir denn hier? Da, Abo. 88er zerstören. Pack 40, Destroy. Abo. Okay, da haben wir aber einiges an Objectives. Wo kommt der denn jetzt her? So, Verband haben wir schon mal. Er wollte mich jetzt hier komplett verarschen. Fuck. 14 Schuss nur noch. Und wieder so weit weg, ne? Beziehungsweise wieder alles so weit auseinander. Ah, Gott sei Dank. So. Ey. Da müssen wir noch ein paar mehr sein. Da oben. Abo. Sniper. Perfekt. Abo. Die haben Bock. Nice. Oh. Da ist noch einer. Nice. Das ist natürlich jetzt geil, wenn die von, von allen Seiten angreifen. Okay. 18 Schuss nur noch. Ah, da ist, äh, da können wir Muni auffüllen. Ah, voll. So, warte mal. Ich wollte mal ganz kurz gucken, ob das die gleichen Trophys sind. Ja, von den Trophäen her ist das fast genauso wie Teil 1. Okay. 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 So, da haben wir die nächste Trophy für die Stadt. Oh, da haben wir auf Crossing. Also muss erstmal sein, dass und dann mehr dann going. Zwingen wir Zeit, nicht ohne Lesz auf dem. Da haben wir nochmal Muni. Und dann ziehen wir durch. Oh ja. Der dürfte uns jetzt eigentlich nicht sehen. Ne? Oh ja. Oh. Nächste Trophy. Oh. Fuck. Ich finde das so geil. Die stehen auf einmal direkt, äh, direkt neben dir. So. Schon. 600 Meter. Also gehen wir erst zu drei. Oh ja. Was war denn hier? Der macht nur Pause. Oh. bleiben wir mal hier vielleicht so ein bisschen deckung aber auch nur vielleicht eindringling hallo pass auf gleich kommen wieder welche hinter mir ja 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 So, Rettigen sollen wir also platt machen. Nächste Trophy. Guck mal, da hätten wir auch noch eine Stadt. Sollen wir da auch nochmal eben schnell rüberflitzen? Dann kriegen wir vielleicht dafür auch noch die... ...die Trophäe. Wenn wir schon mal hier sind. So, Medipack und Muni-Braume. Guck, da ist auch noch eine Stadt. Hallo? Der hat Medipack. Oh, shit. Schuss, 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 schuss. Okay. Schuss, schuss, schuss. Schuss, schuss. 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 Sehr geil. So. Okay. 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 Nehmen wir mal die MP40. Okay. 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 Wenn es so weiter geht, haben wir gleich die ganze Map gecleared, wa? So, wo müssen wir denn jetzt erstmal hin? Hier. Wieso ruckelt das so, wenn ich im Waffenrad bin? So, da ist eins und da ist die vier und dann müssen wir wieder dahin, ne, richtig? Hallo? So, müssen wir das hier platt machen? Jawoll. So, ich hoffe es zählt jetzt. Richtig, nicht wie in Teil 1, dass wir nur 25 oder 24 konnten wir töten, ne? Und zwei waren nicht auffindbar. So. 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 Haben wir. Ich würde sagen, dann nehmen wir die Trophy auf jeden Fall noch mit hier. For the city. Ich würde sagen, ich würde sagen, ich würde sagen, ich würde sagen. Nein! Was denn? Jetzt nehmen wir direkt wieder das Sturmgewehr. Oh, da ist auch noch eine Stadt. Ich würde sagen, den kleinen Abstecher können wir noch machen, ne? Okay. 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 Voll daneben am Schießen. Oho! Wo wo wo! Danke! Wir kriegen keine Joffie hier. Okay, gehen wir erstmal zum nächsten Missionspunkt. Ja genau, danke. Hier war noch irgendwo einer? Ja. Ja genau, danke. Ja. Ja genau, danke. 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 Ey, du willst mir da- hauen die jetzt ab, die Arschlöcher? Ja genau, danke. Okay. So, ich würd sagen, wir über- wir überstrapazieren das jetzt hier auch nicht. Gucken jetzt, ob wir da irgendwo einen Verband bekommen. Ah, hier. Ja, guck mal. Da kriegen wir noch einen Muni. Ah, die kommen wir da rein. Ja. 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 Na, die waren wir. Schützen. Oh. Schützen. Oh. Schützen. Sind wir jetzt? Oh. Schützen. Ach so, ich kann das. Schützen. So, dann machen wir uns jetzt vom Acker hier. Ich würde sagen, die Punkte nehmen wir alle mit hier. Da hätte ich mich jetzt aber geärgert. So, erste Mission, 206 Kills, ja leck mir am Arsch, guck mal, Faststufe 8 erreicht. So, dann kriegen wir auf jeden Fall die, ähm, ich glaub, was war das, die... Ich glaub, die MP, ne? Mal, ich muss mal gucken. Auf jeden Fall ziemlich, ziemlich nice. So, ey. Eins, zwei. Wo ist Exfiltrade? Das Problem ist, wir hätten zurück zum Menü machen müssen, weil wir jetzt natürlich, keine Waffe haben, außer die Pistole. Ja genau, MP40, die müssten wir theoretisch freigeschaltet haben. So, wartet mal, Jungs, ich guck mal ganz kurz. Trophy-technisch. Also, wir müssen noch eins, zwei, drei, vier Städte. Äh, entdecken. Oh. 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 Das war's. Was war'n das? Ne. Fuck. Nice. So, können wir jetzt mal hier weiter? Da müssen wir hin. Nice. Nice. 500 Meter noch. Wer hat denn da jetzt auf mich geschossen, bitte? Er hier. Voll neblig, aber er kann mich 1A sehen. Okay. 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 Boah, jetzt flippen sie aus. 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 Ey, Leute. Danke. Okay. Boah. 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 Okay, das haben wir. Nehmen wir jetzt das Auto. Beziehungsweise mit dem Auto passiert uns ja theoretisch nichts, ne? Ja gut, aber hier ist keine Straße. Riskant. Ja gut, aber hier ist kein Auto. Das war's. Okay. Warte mal. Ange will plane. Wir will. Okay, dann würde ich sagen, waren wir hier schon mal drin, richtig? Okay. 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 Tut mir jetzt voll leid. Wo müssen wir hin? Okay. 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 Find the lake. Das haben wir schon mal. Shit. Shit. Man sieht auch so richtig viel, ne? Im Nebel. Im Nebel. So. Okay. 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 So. 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 Nice. So, continue to menu. Wollen wir erstmal unsere Startausrüstung ändern. So, play. Primary Weapon. Thompson gibt es erst ab Stufe 10. So, play. Okay, es gibt auf jeden Fall eine Trophäe für die Bonus-Kampagne. Ich würde sagen, die Mission machen wir noch und dann kümmern wir uns mal um die Bonus-Kampagne, würde ich sagen. So, wo müssen wir hin? Da ist der Ausgang. Eins, zwei, drei. Ja, okay. Ich habe ihn im Visier. Ich habe nicht gesehen, wie du mich im Visier hast. Ich habe nicht gesehen, wie du mich ist. Was ist das? Er kommt da einfach wie Rambo um die Ecke. Nervt doch mal. Nervt doch mal. So, können wir jetzt weiter? Alter, hier sind ja noch mehr. Alter, Verwalter. Ich will da nicht meckern, aber ich habe keine Muni, kein Leben. Alter, Verwalter. Alter, Verwalter. Ja, das ist ja. Okay. Was ist das? Boah, Alter Hier ist aber gut zu tun. So, sonst noch jemand? So, sonst noch jemand? Das war's für heute. Jaaah Ich hab gleich keine Muni mehr Ne, da ist Ausgang, wir müssen da Gucken ob der ein bisschen Muni hat Ok Ok Okay. Okay. So, alter, 800 Meter. Fahrzeug wär jetzt nice, ne? Da ist noch einer. Den haben wir. Ist ja theoretisch nur noch entkommen, ne? Ja. Da haben wir ein Auto. Willkommen. Jawohl, geschafft. Aber warum sind wir nicht aufgestiegen? So. Aktualizieren wir beim Schnelli-Trophäen. So. 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 Bonus-Mission. So. So. Oh, okay. So, da haben wir schon mal einen. Ja, viele Muni haben wir auch wieder nicht, ne? Na komm. Danke. Okay. 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 So, two Paul. Okay. 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 Asっぱり. Okay. Das ist eine Momie. ja ist doch gut ja 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 nice ok kommen wir da irgendwie rein beziehungsweise irgendwie hoch ja 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 So, warte mal, wo müssen wir denn jetzt hin? Da. Da. So, wir brauchen nun abhauen. 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 Wir brauchen nun abhauen. So, wir brauchen nun abhauen. So, wir brauchen nun abhauen. So, zerstöre den Panzer. Da ist Muni. So, zerstöre den Panzer. So, zerstöre den Panzer. So, wir dürfen entkommen. Sehr schön. Hallo? 90 Meter. Müssten wir ja wohl schaffen, oder? Nehmen wir den noch mit? Nehmen wir den auch mit? Jawoll. Oh, jetzt hier mit Pumpe. Hallo? Okay. 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 Ja, du versteckst dich auch da. Hallo? Hallo? Hey? Hey? Ja, ich habe... ... 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 gar nicht gut. Wo weiß ich denn für Viecher? Jetzt geht aber los hier, wa? So. Das ist ein Artefakt. So. Hm? Mhm. Ich versteh nur nicht. Ich verstehe 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 nicht. Nicht hoch. Ich verstehe nicht. 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 Ich verstehe. Ich verstehe nicht. Kirche? Kirche? Warte mal, guck mal. Hier ist der Strand. So, das haben wir zerstört, ne? Warte mal, guck mal, guck mal, guck mal. Warte mal, guck mal, guck mal, guck mal. Warte mal, guck mal, guck mal. Warte mal, guck mal. Warte mal, guck mal. Dazu brauchen wir aber erstmal ein Fahrzeug. Warte mal. Warte mal, guck mal. Warte mal, guck mal. Warte mal, guck mal. Warte mal, guck mal. So, hier kommen wir wieder zum Strand, richtig? Warte mal, guck mal. Warte mal, guck mal. guck mal, guck mal, guck mal. Warte mal, guck mal. Warte mal, guck mal. guck mal, guck mal. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, leck das. Lieber Schollido. Oh, leck das. Boah, jetzt können wir uns hier einen heißen suchen. Oh, leck das. Oh, leck das. Oh, leck das. Oh, leck das. Also, ich würde sagen, das hier ist die Kirche. Oh, leck das. Oh, leck das. Oh, leck das. Oh, leck das ist die Ruine. Das ist die Ruine. Warte mal. So, dann fahren wir die Straße mal zurück. So. Dann habe ich jetzt zumindest einen groben Anhaltspunkt, wo wir sein können. So, wir fahren dann hier durch. So, wir fahren dann hier durch. Okay. 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 Und jetzt sind wir schon wieder am Strand. Hey. Da ist er. United Assault Normandy 44 Platin. Sehr geil. Ich bin begeistert. Ja, ich würde sagen, es ist eigentlich genauso wie der erste Teil. Nur, dass hier vielleicht nicht ganz so viele Bugs sind. Gerade in Bezug auf die Aufgaben da, wo wir die Städte befreien müssen. Wo wir eine gewisse Anzahl an Gegner töten müssen. Und ja, von daher würde ich sagen, sind wir aktuell erst mal am Ende. Und dann sehen wir uns mit dem nächsten Game wieder. Ja, ich bin erst mal raus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Euer D-Max. Und nicht vergessen, ganz, ganz gerne den Kanal abonnieren und einen Daumen nach oben lassen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Bis demnächst. Ciao. Ciao.